Ich bin Isi von Tintenwelten und ich möchte euch heute meinen Lesemonat Januar zeigen. Ich bin meiner Meinung nach ziemlich gut ins neue Jahr gestartet. Ich habe nämlich zwölf Bücher gelesen. Das entspricht einer Seitenanzahl von 2743 Seiten. Das waren dann durchschnittlich 88 Seiten pro Tag. Ihr werdet gleich sehen, dass ich auch einige Highlights bereits dabei hatte, was mich natürlich sehr freut. Und wir beginnen einfach auch direkt mal mit den Büchern. Und zwar ist das erste direkt ein Rezensionsexemplar Book of Night von Holly Black. Das hat 480 Seiten, hat vier Sterne von mir bekommen und es ist der Auftakt. Also das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich habe irgendwie gedacht, es wäre ein Einzelband, aber das Ende verspricht, dass es weitergehen könnte. Stell dir vor, du könntest deinen Schatten manipulieren zum Spaß, zur Unterhaltung oder halt eben auch um Macht zu gewinnen. Manchmal entwickelt er vielleicht sogar ein Eigenleben. Schattendiebe treiben ihr Unwesen und jeder versucht verzweifelt, die Magie der Schatten zu kontrollieren. In so einer Welt lebt Charlie Hall, die ihrerseits Diebin und Betrügerin ist, die dieser seit ihres Lebens allerdings eigentlich abgeschworen hat und jetzt in einer Bar arbeitet. Doch wie das immer so ist, wird sie natürlich von ihrer Vergangenheit eingeholt und plötzlich geht es um Leben und Tod. Für mich war diese Idee, dass Schatten eben lebendig werden können, irgendwie was ganz Neues. Auf der einen Seite sehr gruselig und creepy, auf der anderen Seite aber auch cool. Und mir hat das Ganze drumherum, eben diese Geschichte mit den Schatten, die Sache mit der Magie und so weiter einfach total gut gefallen. Wie gesagt, der Cliffhanger ist halt irgendwie auch schon ziemlich catchy, aber auf jeden Fall passend und macht Lust auf mehr. Ich mochte auch Protagonistin Charlie sehr gerne. Sie ist tough, sie ist mutig, sie ist klug. Sie steht für sich und ihrer Familie und Freunde eben ein. Wir erleben die Ereignisse sowohl in der Gegenwart als auch der Vergangenheit. Dementsprechend erfahren wir also, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie zu einer Diebin und Betrügerin wurde, dass sie eben in dieses Milieu, dieses kriminelle Milieu ja eigentlich reingerutscht ist und wie es dazu gekommen ist, dass sie sich eben in dieser Schattenwelt, in diesem Schattengeschäft einen solch bekannten Namen gemacht hat. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Dann habe ich ein paar Kinder- bzw. Bilderbücher gelesen. Begonnen habe ich da mit Der Glücksverkäufer von Davide Kali und Marco Soma. Dieses Buch hat 28 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Herr Taube zieht von Haus zu Haus, um das Glück zu verkaufen. Dieses gibt es in kleinen Dosen, in großen Dosen oder eben auch als Familienpackung. Manche kaufen es für sich selbst, für Freunde, Familie oder auch auf Vorrat. Die Frage ist halt eben, kann man Glück denn überhaupt kaufen und was bedeutet Glück überhaupt? Herr Maus fällt durch Zufall eine Dose Glück in die Hand und als er sie öffnet, ist er gar nicht so überrascht, wie man meinen könnte. Und letztendlich zeigt sich eben, dass Glück das ist, was es für jeden Einzelnen bedeutet und was jeder Einzelne daraus macht. Es hat halt wichtige Botschaften, es lädt ein bisschen zum Nachdenken und Philosophieren ein und es hat wunderschöne Illustrationen, die so in Erdtönen gehalten sind. Es gibt viele verschiedene Baumhäuser zum Beispiel auch zu entdecken. Generell gibt es auf diesen Bildern sehr viel zu entdecken. Es entführt sozusagen in einen, ja, in einen Märchenwald und es ist sehr, sehr cool und wunderschön aufgemacht. Hat mir gefallen. Weiter ging es mit Einblick durchs Schlüsselloch, was die Nachbarn so alles verheimlichen von Lisa Aisato. Das Buch hat 40 Seiten, hat 5 Sterne von mir bekommen. Ich liebe generell Lisa Aisatos Bücher. Ihre Illustrationen sind einfach wundervoll, total detailliert, emotional jedes Mal. Ich bin immer wieder begeistert davon. Und ich finde auch allein diesen Untertitel, was die Nachbarn so alles verheimlichen, total cool. Und dieser Satz ist sozusagen auch bezeichnend für das Buch. Wir haben 16 Nachbarn, die man am Anfang im Aufzug sieht und sie sehen alle relativ langweilig, trist aus und natürlich so, als hätten sie absolut nichts zu verbergen. Wer allerdings durchs Schlüsselloch schaut, wird schnell bemerken, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und zwar haben wir hier eben 16 Nachbarn, 16 Mini-Anekdoten samt wunderbaren Illustrationen, die einfach zeigen, was die Menschen verbergen, was ihre Geheimnisse sind, ihre Träume, ihre Zweifel oder eben ihre tiefgehendsten Emotionen. Und das war einfach wundervoll, das einfach zu lesen, sich anzuschauen. Es war einfach überraschend teilweise und hat mich einfach sofort in seinen Bann gezogen. Also eine klare Empfehlung, absolut. Auch das nächste Buch war wieder ein Highlight und zwar Das Glück in dir, wie du dein Leben lebendiger machst von Kobi Yamada und illustriert von Charles Santoso. Ich habe schon einige Bücher von Kobi Yamada auch schon gelesen und angeschaut und jedes Mal bin ich absolut begeistert. Dieses Buch hat 48 Seiten, hat 5 Sterne von mir bekommen und es ist im Prinzip die Geschichte eines kleinen Endlines, das Träume, Wünsche, Ziele hat, aber natürlich auch Ängste, Sorgen und Zweifel. Und ja, dieses Buch gibt halt wichtige Hinweise, Tipps und Botschaften mit auf den Weg, wie man das Leben eben meistern kann. Es spricht eben die Einladung aus, mutig zu leben, sich fürsorglich zu kümmern und einfach im Moment zu leben. Also das Leben positiv zu sehen und jeden einzelnen Moment zu genießen. Wir leben jetzt und nicht irgendwie in der Vergangenheit oder morgen. Einfach im Moment leben und das Beste daraus machen. Finde ich cool. Wunderschöne Illustrationen natürlich wieder. Dieses Endlein ist einfach nur zuckersüß und ich liebe es. Weiter geht es mit dem nächsten Highlight und zwar eine Winterfreundschaft von Feridon Ural. Das hat 32 Seiten und dementsprechend auch wieder 5 Sterne von mir bekommen. Es geht hier um den Kater Leo, der eine Hauskatze ist, der mit seinem Leben eigentlich relativ zufrieden ist. Mit seinem Besitzer ist er auch ganz zufrieden. Aber dennoch ist er natürlich einsam, bis er dann eines Tages im Garten ein Eichhörnchen entdeckt und die beiden freunden sich an. Allerdings kommt das Eichhörnchen im Winter halt nicht wieder. Und weil der Kater dieses Eichhörnchen und seinen Freund eben so sehr vermisst, geht er eben in den Wald, um das Eichhörnchen zu suchen. Und dabei erlebt er ein Abenteuer. Und das sind auch wieder ganz, ganz tolle Illustrationen, die schon fast irgendwie ein bisschen nostalgisch anmuten. Generell bin ich ja Katzenmutti und Katzenliebhaberin. Dementsprechend hat mir das Ganze auf jeden Fall sehr gut gefallen. Das Buch habe ich auch gelesen, als es hier so super mega kalt war und es sogar ein bisschen geschneit hat. Ein bisschen zumindest, auch wenn es nicht liegen geblieben ist. Dementsprechend war es einfach der perfekte Moment dafür. Kommen wir wieder zu den Romanen und den Rezensionsexemplaren. Und zwar habe ich endlich gelesen, den dritten Teil der Whale Island Reihe Sehnsucht nach Whale Island von Miriam Covey. Dieses Buch hat 528 Seiten und hat vier Sterne von mir bekommen. Und es ist leider, leider der letzte Teil dieser Trilogie, die sich um die drei Kamerun-Brüder dreht. In diesem Buch geht es auf der einen Seite um Viola, in deren Familie noch keine Frau älter als 34 Jahre alt geworden ist. Dementsprechend lebt sie jeden Tag so, als könnte es ihr letzter sein. Als sie dann eines Tages nach einem Unfall während einer Kanada-Rundreise im Krankenhaus aufwacht und tatsächlich 35 Jahre alt geworden ist, ist sie völlig baff sozusagen. Denn es liegt jetzt eine Zukunft vor ihr, mit der sie absolut nicht gerechnet hat. Also hat sich nie darüber Gedanken gemacht, was sie mit der Zukunft anfangen soll, weil sie fest davon überzeugt war, eben vor ihrem 35. Geburtstag zu sterben. Was natürlich total krass ist und total dramatisch. Als dann die Krankenschwester Sky ihr Gästezimmer auf Whale Island anbietet, um sich erstmal auszukurieren von diesem Unfall und sich eben darüber klar zu werden, was sie jetzt eigentlich von ihrem zukünftigen Leben möchte. Dann nimmt sie an und ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt quartiert sich auch Sky's Bruder Glenn bei ihr ein. Er ist Schriftsteller, aber hat bisher nichts veröffentlicht, was natürlich sehr an seinem Ego knabbert und so ein bisschen Selbstzweifel auslöst. Und er hofft jetzt halt eben auch auf Whale Island wieder ein bisschen Inspiration zu finden. Und die beiden, die freuen sich super schnell an. Und Viola fühlt sich halt eben in seiner Nähe immer wohler und auch auf Whale Island immer wohler. Also es ist sozusagen so, dass sie eigentlich gar nicht mehr weg möchte. Und was mir schon bei den Vorgängern immer besonders gut gefallen hat, ist halt eben das Setting. Also Whale Island ist eben eine Insel im Atlantik vor der Küste von Kanada. Sie ist eher rau. Es ist aber irgendwie auch total idyllisch. Diese Umgebung, die da beschrieben wird, ist total toll. Generell bin ich sowieso fürs Meer immer zu haben. Das ist auch eher so eine schroffe Landschaft mit steilen Klippen. Wale tummeln sich da im Meer. Und das finde ich richtig, richtig cool. Dementsprechend fand ich es natürlich auch hier wieder richtig cool. Und besonders gut gefallen hat mir natürlich auch, dass die Protagonisten aus den ersten beiden Teilen auch wieder eine große Rolle spielen. Dass man erfährt, was mit denen weiterhin passiert. Und wir erfahren auch Skys Schicksal sozusagen. Denn ich hätte mir eigentlich noch ein zusätzliches Buch gewünscht, wo es eben um ihre Geschichte geht. Das bekommen wir anscheinend wohl leider nicht. Aber trotzdem erfahren wir hier eben, wie es mit ihr weitergeht. Und das hat mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die Geschichte. Ich mochte die Protagonisten. Ich mochte auch die Themen, die hier aufgegriffen wurden. Und generell wird es hier auch ein bisschen mystisch und geheimnisvoll, was ich sehr, sehr gerne mag. Und ja, mir hat es gefallen. Ein würdiges Finale, ein würdiger Abschluss. Und ich freue mich auf weitere Bücher der Autorin. Dann habe ich ein Hörbuch gehört. Und zwar von Ailey Hazelwood, Under One Roof, Unter einem Dach. Das hat 139 Seiten und hat leider nur dreieinhalb Sterne von mir bekommen. Also es ist das erste Buch der Autorin, was ich gelesen habe. Und die Autorin wurde schon öfter sehr, sehr gelobpreist, sage ich mal. Und ich wurde sehr neugierig gemacht auf ihre Bücher. Und ich hatte ja auch letztes Jahr schon zwei ihrer Romane gekauft, die ich noch nicht gelesen habe. Aber ich habe mir halt gedacht, weil das Buch halt relativ kurz war und dementsprechend das Hörbuch auch, ist das was Nettes für zwischendurch, was ich mir mal anhören wollte. Also schon mal einen Einblick so in ihren Schreibstil bekommen. In dem Buch geht es um Umweltingenieurin Mara, der die Umwelt und Umweltschutz super wichtig ist. Und sie muss gezwungenermaßen eine Wohngemeinschaft mit Liam eingehen, der im Prinzip alles isst und verkörpert, was sie hasst. Er ist nämlich Konzernanwalt und Klimazerstörungslobbyist der übelsten Sorte. Außerdem ist er unausstehlich und arrogant und ja, blöd, dass er total heiß ist. Die beiden wohnen dann halt zusammen in einem Haus und ja, es entsteht sozusagen eine Art Kleinkrieg zwischen den beiden. Gefallen hat mir auf jeden Fall dieses Hin und Her zwischen den beiden. Also als die beiden sich das erste Mal treffen, stimmt eigentlich sofort die Chemie. Dann erfährt Liam allerdings, wer sie wirklich ist und ist dementsprechend nicht wirklich begeistert. Was ich persönlich total nachvollziehen kann, ich will um das Warum und Wieso jetzt gar nicht zu viel verraten. Das muss man natürlich schon selber lesen, gerade weil es ja auch ein relativ kurzes Buch ist. Ich finde jedenfalls, dass Mara sich teilweise schon sehr anstellt, ein ziemliches Gewese um alles Mögliche sozusagen veranstaltet und einfach öfter mal überreagiert, sagen wir mal. Also ich bin eigentlich eher auf Liams Seite, weil sie ist eigentlich sozusagen eher der Eindringling in der ganzen Sache. Was ich wiederum nicht so toll finde, ist der Prolog zum Beispiel, der eigentlich schon verrät, wie es letztendlich ausgehen wird. Also es ist eine Situation, die so relativ am Ende des Buches dann zustande gekommen ist, die man aber schon am Anfang verraten bekommt. Also es nimmt so ein bisschen die Spannung raus. Ich meine, natürlich kann man in einem New Adult Liebesroman schon erahnen, dass wahrscheinlich ein Happy End da sein wird. Letztendlich ist es halt so, dass man am Anfang diesen Prolog hat und dann ein halbes Jahr davor beginnt, sich immer weiter an dieses Ereignis aus dem Prolog heranzutasten, sodass man eben erfährt, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Komisch finde ich halt eben auch tatsächlich das Ende, weil es da halt einen Twist gibt sozusagen, der total mega plötzlich kommt. Liams Verhalten ist dann auch irgendwie sehr merkwürdig. Generell ist das Verhalten von beiden dann irgendwie so merkwürdig. Es kommt dann auch zu Spicy-Szenen irgendwie, die auch irgendwie total unangenehm zu lesen sind, weil sie irgendwie so einen Fadenbeigeschmack haben. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das alles nicht so wirklich gepackt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, denn viele Rezensionen waren ja auch ziemlich positiv, habe ich nachher gesehen. Und ich hoffe einfach, dass mir die Romanen letztendlich irgendwie besser gefallen werden. Weiter ging es dann wieder mit einem Rezensionsexemplar, und zwar die Bibliothek von Edinburgh von T.L. Huchu. Und das Ganze hat 384 Seiten, hat vier Sterne von mir bekommen. Und auch das ist der Auftakt einer Trilogie, wenn mich nicht alles täuscht. In dem Buch geht es um die 14-jährige Ropa, die in einem dystopischen Edinburgh lebt. Also aus irgendeinem Grund ist die Stadt, das Land, vielleicht auch die ganze Welt, es wird nicht so ganz klar, zerstört. Eigentlich ist der Großteil der Menschheit halt eben arm. Ebenso wie Ropas Familie. Also sie besteht jetzt letztendlich nur noch aus Ropa und ihrer Großmutter und ihrer kleinen Schwester. Die geht eben noch zur Schule und die Großmutter ist krank. Sie ist blind. Und dementsprechend ist sie halt die Einzige, die arbeiten kann. Also Ropa. Dementsprechend hat sie die Schule abgebrochen, um Geistersprecherin zu werden. Das bedeutet, sie übermittelt die Botschaften der Toten an die Lebenden. Dafür bekommt sie ein Gehalt. Und das macht sie also dementsprechend natürlich nicht aus reinster Nächstenliebe, sondern halt um sich selber und die Familie über Wasser zu halten. Dementsprechend ist sie auch nicht so begeistert, als eine verzweifelte Geisterfrau auf sie zukommt und möchte, dass sie ihren verschwundenen kleinen Sohn findet. Der ist, wie gesagt, verschwunden. Keiner weiß, wo der hin ist. Aber sein bester Freund ist halt eben zurückgekommen. Aber er ist eine Art leere Hülle sozusagen. Und dementsprechend nimmt Ropa diesen Auftrag jetzt widerwillig an, bis dann letztendlich etwas passiert, was dann ihr Interesse doch weckt und sie unbedingt herausfinden möchte, wer dahinter steckt, was da passiert ist und natürlich auch die verschwundenen Kinder finden möchte. Denn Olli ist nicht der Einzige, der verschwunden ist. Und das Ganze ist teilweise schon sehr, sehr grausam und brutal und sehr schockierend. Also alleine auch schon diese Auflösung, was da jetzt passiert ist. Und das Ganze ist halt eben offensichtlich irgendwie auch fantastisch. neben der Dystopie. Denn es gibt halt eben Geister. Und diese Geister sind halt ganz, ganz natürlich. Also es gibt halt ein Geschäft darum, eben diese Medien, die sich halt darum kümmern, Botschaften zu übermitteln, damit Geister eben sozusagen ins Jenseits überwechseln können. Und da gibt es auch verschiedene Regeln, die einzuhalten sind. Und man muss halt als Geistersprecher immer auf jeden Fall die Belehrung abgeben, dass derjenige, der die Botschaft letztendlich dann bekommt, bezahlen muss. Also es ist halt eben schon alles klar geregelt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich irgendwie auch Magie. Also Europa verfügt halt eben auch über so eine Mischung aus schottisch-afrikanischer Magie, was ich super spannend finde irgendwie. Sie spielt eben auch auf verschiedenen Instrumenten, um eben diese Geister irgendwie zu beeinflussen und mit ihnen sprechen zu können. Ja, das Ganze drumherum ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Europa an sich wirkt jetzt natürlich nicht so besonders sympathisch irgendwie. Also sie wirkt ziemlich kalt, distanziert und gleichgültig. Andererseits ist es aber halt eben auch ein bisschen verständlich, weil das Leben einfach hart ist und einem nichts schenkt. Also es ist halt eben sehr, sehr hart, ihre Familie durchzubringen, Essen zu besorgen, Lebensmittel sind rar, Medikamente sind rar. Die Großmutter braucht die aber. Und generell ist sie halt immer stets bemüht, dass sie halt eben ihren Wohnort auch nicht verlieren. Also es wirkt natürlich immer sehr, sehr gemein teilweise, wie sie mit den Geistern und so umgeht. Andererseits, ja, sie bekommt selber halt auch nichts geschenkt. So wisst ihr, wie ich meine. Auch der Schreibstil ist irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Er ist ziemlich umgangssprachlich, wirkt ziemlich jugendlich und modern und ist halt irgendwie auch so ein bisschen rotzig, sage ich mal, weil wir das Ganze nämlich aus Ropasicht erleben und wie sie halt eben denkt und spricht. So ist das Ganze eben halt dann auch aufgebaut. Und positiv hervorheben möchte ich natürlich auch noch Ropas Sidekick. Und das ist nämlich eine Fuchsdame. Sehr cool. Dann durfte ich vorab lesen der Oma Turi Magier von Corinna Carter. Das ist der zweite und finale Teil dieser magisch fesselnden Fantasy-Diologie. Das Buch hatte 481 Seiten und hat vier Sterne von mir bekommen. Ich möchte zum Inhalt jetzt natürlich nicht so viel verraten, denn, wie gesagt, es ist halt ein zweiter Teil. Im ersten Band ging es aber auf jeden Fall darum, dass Erik halt eben in einer Welt lebt, die von einem Herrscher unterdrückt wird. Also es ist der König Pravtan und der unterdrückt halt seine Untertanen sozusagen. Und jeder, der halt irgendwie sich regimekritisch äußert, verschwindet oder wird gefoltert oder wird auch ermordet. Und es kommt halt eben dazu, dass er Zeuge eines Attentats wird. Er muss fliehen. Er flieht in den Tösewald. Dieser ist sagenumwoben, weil nämlich jeder, der in ihm verschwindet, halt nie wieder gesehen wird. Und da trifft er halt eben auf Menschen, die ihm eine ganz neue Welt sozusagen eröffnen. Und dabei stößt er auf Geheimnisse und er stößt auch auf die Geheimnisse sozusagen seiner Familie und seines eigenen Erbes. Es geht darin auch um Magie. Es geht um Macht und Intrigen. Und es geht um Kämpfe und halt eben darum, für die Freiheit zu kämpfen und für das, was eben einem wichtig ist, für die Familie, für Freunde. Es geht um die Liebe. Also es ist einfach sehr, sehr spannend. Und in diesem zweiten Teil geht es weiter. Und es ist ein würdiges, spannendes Finale. Im ersten Band hatten wir nur Eriks Sicht, in Anführungszeichen. Im zweiten Band gibt es dann zwei Perspektiven. Und zwar einmal aus der Sicht von Erik und einmal aus der Sicht von Kiyama, die man dann im ersten Band auch kennengelernt hat. Der erste Teil spielte so hauptsächlich in diesem Wald. Und im zweiten Teil geht es dann auch um den Palast. Also es war auf jeden Fall sehr episch, sehr spannend. Viele Wendungen und Überraschungen hat mir gefallen. Dann habe ich nochmal ein Bilderbuch gelesen. Und zwar, Na, dann gehe ich jetzt, sagte die Zeit von Bettina Obrecht und Julie Völk. Dieses Buch hat 40 Seiten und hat 5 Sterne von mir bekommen. Es ist Sonntagnachmittag und die Zeit ist zu Besuch bei Laras Familie. Obwohl die Zeit Laras Freundin ist, spricht ihre Familie nicht besonders nett über sie. Sie spricht davon, die Zeit zu vertreiben oder sie sogar tot zu schlagen. Und das wird der Zeit dann tatsächlich doch ein bisschen zu viel. Und so geht sie. Lara versucht sie dementsprechend zu finden, kann dabei aber leider nur auf wenig Hilfe und Unterstützung bauen, denn irgendwie hat keiner Zeit für die Zeit. Dies ist ein sehr poetisches und metaphorisches Buch über die Zeit und wie ihr eben in unserem Sprachgebrauch Unrecht getan wird. Sie wird schlecht gemacht, sie wird vertrödelt, vergeudelt oder schlichtweg einfach nicht genug wertgeschätzt. Dabei könnte man sie einfach für so schöne Dinge nutzen. Gerade ein kleines Zeitfenster öffnet ja auch schon die Möglichkeit für einen schönen Augenblick, der unvergesslich werden kann. Und dementsprechend muss die Zeit halt eben nicht negativ besetzt sein. Sie kann ganz im Gegenteil eben auch eine liebenswerte Freundin sein. Auch die Illustrationen sind sehr, sehr schön. Sie sind sehr detailreich. Teilweise gibt es einfach super viel auf diesen Bildern auch zu entdecken, was ich richtig cool finde. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen mit einer wichtigen Botschaft. Dann habe ich gelesen ein weiteres Rezensionsexemplar und zwar von Terry Pratchett, Maurice der Kater. Ein Märchen von der Scheibenwelt. Dieses Buch hat 288 Seiten und hat vier Sterne von mir bekommen. Es geht darin um Maurice den Kater und seine Freunde, sage ich mal, eine Rattenfamilie, die aus irgendeinem Grund plötzlich intelligent geworden sind. Sie können plötzlich komplexe Gedankengängen folgen. Jedenfalls ist es so, dass die sich zusammengetan haben mit Keith. Und Keith ist ein, ja, naiver, dümmlich wirkender Junge, sagen wir mal. Er ist Flötenspieler und sie ziehen zusammen von Stadt zu Stadt, um dort eine Rattenplage auszulösen, wohingegen dann Keith mit seiner Flöte diese Ratten aus der Stadt hinaus lockt und die Stadt eben von dieser Plage befreit, um dafür fürstlich entlohnt zu werden. Sie teilen das dann untereinander auf. Plötzlich kommen sie aber in eine Stadt, wo dieser Plan dann nicht so aufgeht, wie sie sich das vorgestellt haben. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr amüsant. Es war sehr, sehr skurril, absurd. Übrigens gibt es zu diesem Buch auch ein separates Video mit einer Rezension, mit einer Filmvorstellung, denn das Ganze ist am 9. Februar in deutschen Kinos erschienen als Kinofilm. Finde ich sehr, sehr cool. Auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert und ich glaube auch, dass der Film sehr, sehr zu empfehlen ist für Jung, Alt und die ganze Familie. Und als letztes habe ich nochmal ein Hörbuch gehört, nochmal was ganz anderes. Und zwar Ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war. Von Linus Giese. Das hat 225 Seiten gehabt und ich möchte das Ganze irgendwie nicht bewerten, denn es handelt sich hier um einen Erfahrungsbericht, der sehr, sehr persönlich ist und das steht einem dann einfach irgendwie nicht zu. Also möchte ich nicht. Sagen wir mal so. Auf jeden Fall erzählt der Autor hier seine eigene Geschichte. Er ist trans, hat das Ganze aber erst mit 31 tatsächlich wirklich realisiert, kann man nicht sagen. Er wusste das schon vorher. Hat unter der ganzen Situation natürlich jahrelang gelitten, weil er halt natürlich eigentlich schon viel früher wusste, dass er eigentlich ein Mann ist, aber sich das Ganze selber nicht eingestehen wollte, nicht wahrhaben wollte beziehungsweise der Meinung war, dass das halt nicht möglich ist, trans zu sein, ein Mann zu sein. Er beschreibt halt eben die Situation um sein Coming Out. Er berichtet über seine Transition, über verschiedene Arbeitsstellen. Er berichtet über seine Transition, über Hass im Netz, über seine Kindheit und Jugend und wie er das alles wahrgenommen hat und was es mit ihm gemacht hat. Und das Ganze ist irgendwie sehr, sehr emotional. Und ich finde das Buch eben wichtig, weil es aufklärt, weil man dadurch ein bisschen mehr verstehen kann, wie sich diese Menschen fühlen. Es sensibilisiert halt eben auch besonders für Sprache, dass halt bestimmte Dinge vielleicht gar nicht mal böse gemeint sind, aber eben von Menschen, die trans sind, ganz anders aufgefasst werden können. Und ich finde das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr interessant und spannend, weil man sich über viele Dinge vielleicht nicht unbedingt Gedanken macht, die dann aber einfach ganz anders rüberkommen. Und das will man ja nicht. Man möchte ja niemanden verletzen. Und dementsprechend finde ich das Buch auf jeden Fall sehr, sehr lesens oder in meinem Fall jetzt hörenswert. Das war mein Lesemonat Januar. Kennt ihr einzelne der Bücher schon? Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten würde mich natürlich auch interessieren, was habt ihr gelesen? Hattet ihr Highlights? Oder auch Flops vielleicht? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss!